ähm, ja, ähm, hatte irgendwie gar nicht so lang gedauert, ja egal, ich hatte direkt Glück, dass ich bei dem richtigen Frosch war und da direkt das Tor aufging, also reines Glück. So, die werden natürlich dann aufgemacht, es ist bestimmt ein bisschen Geld drin, in irgendeinem, ah, super, immerhin ein bisschen, la la la, ja, du bist, oh nein, genau, jetzt kommt dieses, oh, du, das Geld ist bitte sofort wieder weg sein, ah, der Anlauf. Oh nein, ich seh's schon, ey, weil jetzt kommen nämlich, glaub ich, noch Gegner auf dem Feld, oder was war das? Ne, warte, genau, ich lass die da erst draufgehen. Ey, wenn der das jetzt in einem Runch, na kommt, weil wenn ich da jetzt direkt hinlaufe, dann schwenkt das ja um, wenn ich auch grad da bin, dann kann's ja nicht direkt ins Verderben reinlaufen. Ja, so schlau bin ich dann doch, meine lieben Leute, auch wenn ich nicht so aussehe. Ja, das könnt ihr jetzt gar nicht beurteilen. Ach, ich hab vier Abonnenten, oh, das ist vielleicht schon die ganze Zeit so, ich mein, gut, andere haben da ihre 2000, weiß ich nicht was, ich freu mich schon bei vier Stück, wie ein Schnitzel, wenn's blitzt, bei vier Leuten. Boah, das ist viel gelustig. So, bei dem wir jetzt mal kommen, wo noch ein bisschen hochpuschen, ja, komm, komm, komm. Oh, ich hab' so gelb, gekillt. So. Ne, ich hab' nicht gekillt. Erlebt noch, oh mein Gott, wie kannst du es wagen, mich so zu verarschen? Boah, ich krieg' gerade auf die Fässer, bis ich bin. Ja, komm, du auch noch. Noch eine. Auf die Frage, kommen die immer wieder neu oder? Oh, macht hier Body Slam oder was? Geht mir dahinter, oder komme ich direkt weiter? Schnell dich lieber noch ein bisschen, sparsame Freude, zack, außerdem bringt's Geld, Geld ist bei mir immer willkommen, so was geht mit der jetzt ab, kann ich die umbringen, uah, ah, der kleine, große, Riese, ui, da haben wir das Kapitel ja beendet, das ist ja schön, uah, ah, plus sogar, dreimal draufgegangen, 81 Gegner getötet, maximal Kombo 62, ach komm, ich mach jetzt direkt weiter, ich wollte eigentlich nur ein Kapitel machen, aber jetzt hab ich doch irgendwie wieder mehr Lust, ja, ja, okay, es geht direkt weiter, oh, ich kann mich nicht zurückhalten, dieses Pferd zu schlachten, wenn es geht, und es gibt nur einen Weg, was rauszufinden, ich bräuchte dazu allerdings erstmal durch eine Menge Wasser, Morgenstern, oke, doch, tud mir leid, ich konnte nicht widerstehen, was ist, ii, ah, nee, ist hier der Kontrabus, ich nehme hier Morgenstern, der ist irgendwie cool, was haben wir hier noch drin, ach komm, ist mir scheißegal, oh nein, die Feen, die gute Fee. Ach, von wegen. Ist doch alles nur Fassade. Ihr wollt mich doch in das Licht füllen, wollt ihr doch. Oh, ich sollte vielleicht mal ein bisschen lustigere Sachen reden, anstatt so dummes Zeug. Die haben wir doch immerhin in irgendwas verwandelt. Ah, genau. Was bin ich denn? Oh. Muss ich auch noch hier hoch, so. Nein! Und dann schnetze ich auch noch dein Neber. Oh, was bin ich jetzt? Oh, dann schlagen sie auch noch die Bill. Ah, stimmt. Es gab doch auch... Das habe ich auch nie gemacht. Es gibt nämlich, stimmt, es gibt doch noch diesen, ähm... Na, wie heißt's? Ich komm nicht drauf. Ähm, den Verwandlungsdrang. Den gibt's doch auch noch. Davon habe ich auch nie den Special gemacht, meine ich. Oh, das, das muss ich definitiv mal ausprobieren. Oh. Ich hab ne Silbertrophäe gekriegt. Und ihr wart live dabei. Oh, cool. Oh. Oh, ein Hase. Das ist sehr schön. Guck, da ist doch sogar so ein Trank. Das ist nämlich Schwachsinn. Wenn man... Wenn ich den selber nehme, also jeder Trank bringt's ja eigentlich auch was, wenn man den selber nimmt. Nur wenn man den selber nimmt, dann verwandelt man sich einfach in einen Stuhl. Zum Beispiel, äh, kein Scheiß. Und dann kriegt man halt nur auf die Fresse. Und dann kriegt man halt nur auf die Fresse. Totaler Schwachsinn halt. Bringt eigentlich nur auf die Fresse zu warten. Und ich kann mir schon denken, wie der Special ist. Er wird einfach mehrere... Ähm, gleichzeitig nirgendwas verwandeln. Wir werden es sehen. Ja, das war klar. Ja, ich dachte, da passiert was cooles. Weil wenn... Ne, dann spoilere ich ja, wenn ich das jetzt sage. Ne, Mist, dann wusste ich mich doch zu bezeugen. Oder ich kann's ja eigentlich so sagen. Gegner haben später den Verwandlungsranken. Die nehmen den, verbandeln sich aber in was cooles. Und ich werde... Ein Stuhl. Irgendwie müssen ungefähr... Ich bin nicht. Weil ich nur, dann kann man sich nicht mehr wieder in so... ... Monstervieh... ...verwandeln, was alles einfach zerfisst. Und zerhackt. Oder in eine riesige Kettennecke oder so. Ne, man geht zum Stuhl. Urbogen. in den Klammern das war ein Ding ich wollte was zu werden mit der Flüchtlingskunde das ist ein liebesdrehen hier drin dann muss ich mir nachher gleich mal angucken was das mit hier war den hase nehme ich mir das nicht selbstverständlich nicht so schlecht dass man dann super kommen und ich werde beschissen indem ich mich aber ich würde jetzt spiel so gern mal mit vier leuten zocken ich war ein Könnt' ich ja im Internet machen, aber, ähm, lieber mit Leuten, die man kennt. Das wird, glaub ich, dann lustiger. Vor allem auf einem Bildchen dann. Würde ich ja machen, aber, äh, so viele Freunde hab' ich gar nicht. Ah, was. Ähm. Ne, keine Ahnung. Bin ich am Überlegen, das auch noch zu machen. Mal gucken, wenn Jenny oder so mal wieder bei mir ist. Dann kann ich das mit der mal zusammenfassen. Oder irgendjemand anders. Was ich demnächst, achso, das wollte ich auch noch sagen. Was ich demnächst wahrscheinlich mal machen werde, aber, ja, demnächst ist es so pränzise. Das weiß ich noch nicht wann. Je nachdem, wann der Kevin wieder bei mir ist, werde ich mir vom Kumpel auf jeden Fall wieder, äh, Rainbow Six ausleihen. Äh, Vegas. Den ersten Teil. Wir alle wissen ja, wie super der ist. Und das werde ich auf jeden Fall mit dem zusammenzocken. Die Terroristenjagd. Oh, das wird lustig, ey. Vor allem, wir machen das, also wir haben das schon mal gezockt mehrmals. Aber das ist mal vor über einem Jahr. Und dann zocken wir das direkt blind. Und, oh, das kann nur lustig werden eigentlich. Da könnt ihr euch also auch drauf freuen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Grüß. Grüß. Grüß.